Hallo meine Freunde, heute nicht der Messersammlung, sondern des gepflegten Essens. Ich habe Brandwiesau und deswegen habe ich mich entschlossen, es wird schnell was reviewt. Ja, es hat ein Kollege mitgebracht, der ist ganz wild auf das Zeug. Ich kenne das auch, aber das ist jetzt von so einer anderen Kette. Wie soll ich jetzt sagen? Darf man Werbung machen dafür? Egal. Das könnt ihr euch einverleiben. Ich glaube, das schmeckt total lecker. Zack. Burscht habe ich auf jeden Fall. Schmeckt doch genauso lecker wie früher. Von dem Zeug habe ich mich so manchen Arbeitstag annähert. Großes Lob an den Kollegen, dass er an die Pausenverpflegung gedacht hat. Also klare Kaufempfehlung. Kürzlich sind die Marcel- goofball aus dem Kopf bed savoir ich ott Classic. Vielen Dank.